Es gibt eine halbfertige News zum Viviverse, unter anderem schauen wir uns auf jeden Fall den absoluten Fail des Comic Drops von Return of the Jedi an, sowie auch den nächsten Coca-Cola NFT Drop auf Vivi und noch viele, viele weitere sehr spannende Sachen. Das und noch sehr viel mehr jetzt in diesem Video. Willkommen an Bord, ich bin es dein Captain, dein Vivi OG mit den wichtigsten Vivi News, die du da draußen definitiv nicht verpassen solltest. Und heute auf jeden Fall mit einer Menge, Menge spannender Themen mit dabei, deswegen würde ich auch sagen, gehen wir direkt rein ins Video. Und starten tun wir mit einer Sache, die mir persönlich wirklich, ja, so ein bisschen schon die Sprache verschlagen hat, bin ich ganz ehrlich. Denn es gab heute früh eine Mail, die rausgegangen ist, so um etwa 5 Uhr und zwar mit einer sehr schönen Nachricht eigentlich, denn das Viviverse wird nun anscheinend in die zweite Beta gehen, aber zwei Stunden später kam dann doch eine Mail, Hey, nein, sorry, du bist doch nicht auf der Liste. Es gab einen Fehler bei dieser Mail. Und ja, man sieht das jetzt hier auch beispielsweise von Randy, der hat das einfach mal gepostet. Und das ist natürlich sehr, sehr ungünstig. Ich selber habe auch so eine E-Mail bekommen, beziehungsweise auch eine normale Einladungs-E-Mail und habe mich dann tatsächlich auch einfach mal einfach aus Interesse angemeldet. Bin auch soweit gut durchgekommen, konnte man das Viviverse downloaden, etc., hat alles super funktioniert. Aber der springende Punkt war, man hatte dann natürlich keine Collectibles im Viviverse selber. Das ist natürlich ein, ja, relativ großer Bug, der da momentan existiert. Das Ganze ist auch schon gemeldet und von daher, ja, wahrscheinlich auch jetzt nicht mehr durchführbar. Von daher, ja, ist es natürlich eine pure Enttäuschung einfach für alle Leute, die natürlich hier jetzt diese E-Mail bekommen haben. Und ich muss auch ganz klar sagen, ich finde es an dieser Stelle schon echt wirklich sehr, sehr unprofessionell gemacht, dass sie einfach so eine E-Mail rausschicken und dann zwei Stunden später irgendwie halt kommt, ja, sorry, das war doch nicht richtig von uns, die E-Mail schon jetzt rauszuschicken. Finde ich wirklich sehr, sehr schade, dass sie das so vermasselt haben. Ob jetzt in den nächsten Tagen hier eine weitere Mail kommen wird nochmal für die Leute, die wirklich den Access für das Viviverse bekommen, da weiß ich natürlich auch nicht. Ich denke mal persönlich, ehrlich gesagt nicht, ich persönlich habe ja auch schon dazu gesagt in einigen Livestreams, dass ich denke, dass wir das Viviverse erst im Januar dann sehen werden mit einer weiteren, ja, Testphase, mit weiteren 500 Leuten, einfach aus dem Grund, weil es dort mehr Sinn macht. Und, ja, jetzt über die Weihnachtsfeiertage sowieso wahrscheinlich kaum einer im Support ist und der irgendwie Bugs lösen kann und halt einfach für die Customer da ist. Von daher sowieso, die meisten sind bei Familie und so weiter, haben sowieso wahrscheinlich keine Zeit, das Viviverse zu testen. Von daher macht das eigentlich gar keinen Sinn, das jetzt hier zu launchen. Ich werde euch natürlich aber darüber auf dem Laufenden halten, wenn es hier zum Viviverse irgendwelche neuen Updates gibt. Ja, und kommen wir zu einer weiteren Katastrophe, die gestern stattgefunden hat, und zwar nämlich der Drop von Star Wars Return of the Jedi, Hashtag 1. An sich schien alles gut zu laufen, man konnte den Drop, man konnte sich in die Warteliste eintragen, aber dann kam wirklich ein, ja, muss man sagen, Moment, wo ich persönlich auch schon so ein bisschen dachte, Vivi, das kann nicht sein. Auch wenn es ein neues Format ist und ein neues Crafting, Purchase, Comic ist, wir hatten ja schon zweimal diesen Fehler, dass es nicht funktioniert hat, beziehungsweise mit dem Crafting nicht funktioniert, überhaupt mit dem Drop funktioniert hat, und jetzt war sogar es soweit, dass die App über eine Stunde komplett im Arsch war. Und man muss es so sagen, auf gut Deutsch, weil es einfach so war. Und da möchte ich auch nichts schönreden, das war eine absolut grausame Erfahrung für jeden User, denke ich, gestern. Ich habe bestimmt fünf Minuten gebraucht, um irgendetwas zu laden in der App, sei es jetzt zum Beispiel auf eine neue Seite zu kommen oder sowas. Also wirklich, wirklich nicht schön und ich denke auch, das Feedback ist dort angekommen. Natürlich können solche Sachen mal passieren, aber ich finde, es ist nicht in Ordnung, wenn so etwas nach dem dritten Mal passiert und dann sogar noch schlimmer ist eigentlich als davor. Also die App hat wirklich für die Leute, die dabei waren, können das auch bestätigen, überhaupt nicht funktioniert. Das Craften hat teilweise sehr, sehr fehlerhaft funktioniert, dass plötzlich Leute zwei Poster binden konnten. Also muss man wirklich sagen, in dieser Stelle zum Ende des Jahres haben sie hier doch nochmal ordentlich auf jeden Fall Sachen leider so ein bisschen in die Tonne gehauen. Nichtsdestotrotz, ich bin natürlich weiterhin bullisch, aber solche Sachen gehen natürlich überhaupt nicht. Ich hoffe natürlich auch, dass Vivi hier aus ihren Fehlern gelernt hat. Kommen wir jetzt aber zu den positiven Seiten, die es noch dieses Jahr gibt. Und zwar nämlich den nächsten Coca-Cola-Drop. Und wir haben jetzt hier ein Bild bekommen von Vivi, wo wir 2022, 2021, 2023 sehen. Und hier haben wir jetzt im Prinzip anscheinend vier Boxen. Und das Spannende jetzt natürlich hier ist, was könnte sich dahinter verbirgen? Denn wir haben natürlich auch hier von David einen kleinen Post gesehen, der einen ganz guten Aufschluss darüber gibt, was wir da eventuell sehen könnten. Und zwar entweder sehen wir nämlich alle vier Eisbären in diesen Cases oder was hier zum Beispiel von Brockmick Blockchain sozusagen auch editiert wurde, dass wir einen Eisbären in vier Boxen unterteilt bekommen. Teile im Prinzip von einem Bären gibt, die man da sozusagen zusammen machen kann. Eventuell sogar was daraus craften kann. I don't know. Wir werden es auf jeden Fall sehen. Schreibt es mir gerne in die Kommentare, was ihr denkt, was wir hier bekommen werden. Aber ich persönlich gehe auf jeden Fall davon aus, dass wir es hier eher mit den Bären zu tun haben werden, als mit irgendwelchen Coca-Cola-Schränken, wovon auch manche Leute ausgegangen sind. Aber schreibt es mir auf jeden Fall gerne unten in die Kommentare. Kommen wir zum nächsten Comic-Drop, der vor der Tür steht. Und zwar nämlich X-Men Hashtag 4 aus dem Jahre 1991. Natürlich wie immer mit exklusiven Rare wie auch Ultra-Covern. Und hier haben wir die First Appearance of Omega Red. Das sind einmal die Cover, die wir hier bekommen werden. Ansonsten wird das Ganze hier am Donnerstag, dem 21. Dezember droppen, um 17.00 Uhr deutscher Zeit. Wir werden natürlich auch uns hier nochmal ganz kurz die Go-Collect-Daten anschauen. Die sind nicht allzu viel versprechend. Eine 9.8 hier mit 4.700 Grades. Nur gerade mal 120 Dollar. Was man hier auch ganz klar beachten muss, ist nämlich erstmal die Grade-Anzahl, sowie auch die Sales. Und die sind schon ziemlich, ziemlich hoch. Ich habe schon sehr, sehr viele Comics vorgestellt. Und es ist tatsächlich hier mit 2.100 Sales doch ziemlich weit oben unter den Comics, die relativ häufig auch verkauft wurden. Und dementsprechend scheint das doch ein relativ nachgefragtes Comic auf jeden Fall zu sein. Von daher, ich denke nicht, dass das Comic jetzt hier ein absoluter Grey ist. Ich denke aber auch nicht, dass man es hier unter die schlechtesten ordnen sollte. Aber es ist trotzdem für mich auf jeden Fall ein Drop, den ich persönlich skippen werde. Die USPS bringt außerdem weitere Briefmarken raus zum 20. Dezember, beziehungsweise Mittwoch um 17.00 Uhr deutscher Zeit. Insgesamt wieder 4 Stück. Wir werden hier als allererstes einmal diese Rare bekommen, den Snowman. Der Listenpreis pro Blindbox wird hier wieder 6 Gems betragen. Die Editionzahl hier 1.888 Stück. Und natürlich eine First Edition. Als nächstes haben wir dann hier Santa Claus, nochmal als Rare. Auch dieselbe Editionzahl, auch First Edition. Als nächstes haben wir dann hier noch eine Ultra Rare mit einer Editionzahl von 1.333 Stück. Und als letztes haben wir dann hier noch eine weitere Ultra Rare. Und diese wird auch eine Editionzahl von 1.333 Stück haben. Für mich persönlich, ja, ist das Ganze hier ziemlich uninteressant. Auch wenn man hier noch eine Secret Rare bekommen kann mit einer Editionzahl von 1.333 Stück. Ist das Ganze für mich persönlich sehr, sehr uninteressant, weil es einfach sehr, sehr viele Editions sind. Aber du kannst mir auf jeden Fall gerne unten in die Kommentare schreiben, ob du den gesamten Job mitnimmst oder nicht. Und ansonsten war es das jetzt an dieser Stelle auch schon wieder mit dem gesamten Video. Wenn dir da draußen das gesamte Video gefallen hat, würde ich mich auf jeden Fall riesig über ein Like von dir hier unter diesem Video freuen. Und ansonsten bedanke ich mich auf jeden Fall fürs Zusehen und wünsche dir da draußen noch einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend. Und bis dann, der Käpt'n. Ciao, ciao.